Romantischer Sonnenuntergang und rauschendes Meer – bei den kalten Temperaturen in Deutschland würden wir wirklich gerne mit Claudia und Stefan Effenberg tauschen. Auf Instagram postet die Unternehmerin dieses innige Knutschfoto mit ihrem Stefan. Die beiden legen sich fest in den Armen und geben sich vor malerischer Kulisse einen dicken Kuss. Solche Aufnahmen finden sich auf dem Instagram-Profil der Blondine wirklich nur selten. Doch Claudia scheint ihren Ehemann einfach zu sehr zu vermissen, um es nicht mit ihren Fans zu teilen. Freu mich so auf dich, schreibt die 54-Jährige zu dem Schnappschuss. Hach, da kann man wirklich neidisch werden. Auch nach 15 Jahren Ehe schweben die Effenbergs offensichtlich noch auf Wolke 7 – und das soll ruhig auch jeder wissen. Der Schnappschuss stammt mit Sicherheit aus dem erst kürzlich vergangenen Familienurlaub in den USA, wo alle gemeinsam die Hochzeit von Stefans jüngster Tochter gefeiert haben. Gut nachvollziehbar, dass Claudia da wehmütig in Erinnerungen schwelgt. Bald liegt sie ja ohnehin wieder in den Armen ihres geliebten Ehemannes. Untertitelung des ZDF für funk, 2017